Musik Jut Leute was ist es, ich bin euer Enrico Italien In diesem Video jetzt mal fast die offizielle Auflösung von dem Monchillet Mystery Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, falls ihr eine Pose-Wertung dalassen könnt Oder falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich auch sehr freuen, falls ihr die Glocke aktivieren könnt Dann werdet ihr mir nach dicht, wenn ich ein Video hochladen Weiterhin könnt ihr aber auch noch bei Extremely an Android kaufen Das heißt, da könnt ihr sehr viel Geld in GTA 5 bekommen für das nächste Gunrunning Militär Update Kommen wir nun aber auch schon zum ersten Thema von diesem Video Und zwar, was passiert eigentlich, wenn alle drei Charaktere vor dem Monchillet Mystery stehen Denn wir sehen auch bei dem Monchillet Mystery ist auch eine Box Und diese Box ist ein Anzeichen dafür, dass dort auch eine Cutscene eigentlich ist Deswegen bauen wir hier mal einen kleinen Käfig, wo alle drei Charaktere in GTA 5 dort drin bleiben können Und nicht irgendwie ausbrechen können Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was passieren wird Ihr seht es gerade im Hintergrund, dass ich den Käfig mit Container baue Ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren Und wir werden jeden einzelnen Charakter dann in diese kleine Box reintun Und um 3 Uhr nachts werden wir mal schauen, was passiert Den ersten Charakter, Michael, habe ich schon reingetan Er sucht irgendwas an seinem Handy rum, eigentlich nichts Besonderes Aber es sieht auf jeden Fall danach aus, dass es funktionieren sollte Denn ihr seht es im Hintergrund, die Charaktere verschwinden nicht Als ich dann Trevor dazugeholt habe, ist wirklich was ziemlich cooles passiert Nämlich die einzelnen Charaktere haben gefragt, ob sie mit Nirvana was unternehmen sollen Ich habe aber alles abgelehnt und ihr seht es im Hintergrund, dass ich die Zeit auf 3 Uhr eingestellt habe Und normalerweise passiert in GTA 5 um 3 Uhr immer was Besonderes Auch bei Monchillet Mystery Aber ich denke, ihr wisst alle, was dann passieren wird Nämlich bei 100% Story-Modus wird dann das UFO bei Monchillet Mystery spawnen Als ich mich dann immer mehr der Uhrzeit 3 Uhr genähert habe, ist eigentlich nichts Besonderes passiert Michael, Trevor und Franklin standen immer noch dort, wo sie auch vorher waren Und ist eigentlich nichts Besonderes passiert Da habe ich mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Charaktere switche Wenn ich zum Beispiel jetzt zu Michael switche oder auch zu Franklin Und Leute, auch dort ist nichts passiert Alle Charaktere haben sich super gefühlt und es ist nichts Besonderes passiert Und es Monchillet Mystery wurde nicht irgendwie getriggert oder sonstiges Eine Sache hat mich dann aber doch schon verwundert Und zwar nach ein paar Minuten hat einfach Franklin Michael einfach so geschlagen Ich habe keine Ahnung, warum das Ganze passiert ist Denn ich war nicht nahe bei Franklin und er hat uns einfach geschlagen Vielleicht will so aber auch Roxy uns das Monchillet Mystery in GTA 5 immer noch verdeckt halten Dass man es so nicht lösen kann und dass man halt immer stirbt Das Ganze waren aber bis jetzt nur Tests von mir Es gibt aber noch einen weiteren Test, den ich unbedingt mit euch testen will Und zwar habe ich mir diese Frage schon seit Anfang GTA 5 Release gestellt Was passiert eigentlich, wenn alle drei Charaktere auf den einzelnen Wandgemälden stehen Wie zum Beispiel dem Ei, das Jetpack oder auch das Ufo Welchen Charakter wir wo hinstellen, seht ihr auch gerade im Hintergrund Und zwar brauche ich erstmal wieder eine Box, nämlich auch bei der Maze Bank Dort befindet sich nämlich sozusagen das Egg of Life, so sagen es auch die Altruisten Denn dieses Egg of Life soll anscheinend das Leben darstellen Und soll auf jeden Fall eine Anspielung an Franklin sein Warum eine Anspielung an Franklin, dazu werden wir noch später kommen Ich werde euch noch alles ausführlich in diesem Video erklären Der nächste Ort, den wir ein bisschen umpräparieren müssen, ist nämlich das Altruisten Camp Dort befindet sich nämlich das kleine Jetpack, beziehungsweise ein kleines Männchen Das auf das Jetpack andeutet Und welcher Mann passt am besten zum Jetpack? Richtig, Trevor Phillips Deswegen platzieren wir Trevor Phillips genau beim Altruisten Camp, genau in diese kleine Box rein Fehlt uns eigentlich nur noch ein Charakter in GTA 5 und das ist wer? Michael DeSanta Michael DeSanta passt eigentlich am besten zu den Ufos Und ihr seht es gerade im Hintergrund, dass auch Trevor sich eingenistet hat Nämlich in seiner kleinen Box Bei Trevor Phillips ist es genau 3 Uhr nachts und auch bei Franklin ist es jetzt genau 3 Uhr nachts Jetzt schauen wir mal kurz drüber, wie es bei Michael aussieht Und Michael müsste jetzt genau vor dem Monchillet Misty stehen Vielleicht passiert ja irgendwas Und ihr seht es gerade im Hintergrund, dass auch alle Charaktere in den einzelnen Boxen sind Wie zum Beispiel, dass Trevor auch beim Altruisten Camp ist Dass Franklin auch beim Egg of Life ist Und natürlich auch, dass Michael bei den Ufo ist Alle drei Charaktere befinden sich nun in Positionen Doch Leute, auch hier wieder nichts passiert Ich habe keine Ahnung warum Aber falls ihr noch mehrere Tests in GTA 5 sehen wollt Wo ihr uns zum Beispiel auch mehrere Sachen testen könnt Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Dann werde ich vielleicht das Ganze auch mal machen Aber ich habe euch ja versprochen, dass wir uns noch anschauen Beziehungsweise dass ich euch erkläre, warum ich die einzelnen Personen dorthin gestellt habe Und dazu erkläre ich jetzt euch das ganze Monchillet Mystery Dazu hat mir auch Weichschule geholfen Falls ihr Weichschule noch nicht kennt, checkt ihn auf jeden Fall ab Der hat mir auf jeden Fall bei diesem Video sehr geholfen Das Ganze ist in Kooperation mit ihm Also er ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt Oder auch auf das i klicken, da kommt er einfach zu seinem Kanal Bei dieser Erklärung müsst ihr aber erstmal alle Mythen, alle Theorien Zum Monchillet Mystery vergessen Denn es ist eigentlich ziemlich simpel, aber doch auch ziemlich komplex Nämlich stellen wir uns die Frage Was ist eigentlich, wenn das Monchillet Mystery Gar nicht das Monchillet Mystery ist Sondern einfach nur der Weg von Michael, Franklin und Trevor ist Wie sie sich kennengelernt haben und welche Missionen sie aufspielen Und vielleicht werdet ihr auch jetzt verstehen Warum ich gesagt habe, dass Michael eigentlich ziemlich gut zu den Aliens passt Denn ihr werdet auch gerade im Hintergrund sehen, dass Michael oft was mit Aliens zu tun hat Wie auch in der folgenden Mission Aber falls ihr euch jetzt die Frage gestellt habt Wer ist dann eigentlich Franklin Clinton und welches Symbol hat Franklin? Ganz einfach, Franklin Clinton könnte das All sein Und warum ich darauf komme? Ganz einfach, Franklin Clinton ist ohne Vater aufgewachsen Und auch ohne Mutter Denn er hat seine Mutter sehr früh an Drogen verloren Und Franklin ist ungefähr 28 Jahre alt Was man auch anhand von seinem Nummernschild erkennen kann Nämlich 1988 Franklin ist auch in einer sehr schwierigen Gegend aufgewachsen Wo es natürlich auch sehr viel Drogenbarone gibt Und natürlich auch sehr viel Kriminalität Schnell findet auch Franklin den Weg zu einer Gegend Nämlich der Family Gang Und die hat auch die grüne Farbe Und welches grünes Ding findet Franklin auch in der Story? Richtig, ein Ei Aber ich denke nicht, dass es eine Einsprung an das Ei ist Sondern eher eine Einsprung darauf, dass Franklin der Jüngste von den drei Protagonisten ist Und somit ein kleines Küken oder auch der kleine Jüngling ist Da fehlt eigentlich nur noch ein Charakter Und der müsste auf jeden Fall zum Jetpack passen Nämlich Trevor Phillips Warum Trevor Phillips? Warum nicht zum Beispiel Michael oder auch Franklin? Ganz einfach Weil Trevor wirklich ein kranker Typ ist Und auch in The Walking Dead ist der Schauspieler wirklich genauso krank Und der keine Rücksicht kennt und sehr brutal ist Aber wo befindet sich hier jetzt die Verbindung zum Jetpack? Ich meine, klar, dass Trevor ein kranker Typ ist, weiß jeder GTA-Spieler Aber wusstet ihr, dass Trevor schon in GTA San Andreas auch war? Und dass er dort auch einen Job hatte? Denn vor seiner kriminellen Geschichten in GTA 5 hat er dort auch gearbeitet Nämlich als Militärpilot Besser gesagt, oder vielleicht auch als Air Force One-Pilot Und in welchen einzelnen GTA-Teil hatten wir zum ersten Mal die Möglichkeit Ein Jetpack zu fliegen? Richtig, GTA San Andreas Nämlich in der Mission The Black Project Wo man auch die Area 69 betreten muss Kann man zum ersten Mal das 60 Millionen Dollar schwere Gefährt fliegen Das man natürlich von einer Militärbasis klauen muss Und somit vielleicht auch Trevor getroffen hat Und es würde auch zeitlich perfekt übereinstimmen Ihr seht's gerade im Hintergrund, wie die Mission auch aussah Der Rino, woher du bist? Wrong devil, CJ Truth! How are you? In better shape than you, fat ass What? Hey, you watching me? Can't talk now I need your help for something special Come back here when you've lost some weight, fatso I'll be waiting Hey man, what the Dang I ain't that chubby In den ganzen GTA-Teilen ist wirklich GTA San Andreas Der einzige GTA-Teil, wo man einen Jetpack fliegen kann Und es würde auch komplett Sinn ergeben Dass Trevor auch dort in der Militärbasis gearbeitet hat Denn GTA San Andreas hat circa 1992 gespielt Das heißt, da müsste Trevor circa 27 Jahre alt gewesen sein Und wenn er 27 Jahre alt gewesen sein sollte Müsste er 1963 bis 1969 geboren sein In Kanada Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass es erst 2004 war Als Michael und Brad in Ludendorff den großen Banküberfall gemacht haben Wo sie natürlich sehr viel Geld auch geklaut haben Und wo sie zum ersten Mal auch zusammengearbeitet haben Das heißt, zur Zeit Carl Johnsons in GTA San Andreas Hat vielleicht Trevor wirklich als Air Force One-Pilot dort gearbeitet Und man sieht auch deutlich bei Mount Schill at Mystery Dass es eine direkte Verbindung zwischen dem UFO und dem Jetpack gibt Und das könnte auch ein weiteres Zeichen dafür sein Dass Roxans auch wieder den Banküberfall von Ludendorff meint Und somit eine direkte Verbindung da macht Falls ihr aber denkt, ich mache hier irgendeinen Bullshit oder sonstiges Ihr seht es im Hintergrund Dort unten ist eine Verbindung zwischen dem Jetpack und dem UFO Und es macht wirklich so viel Sinn Denn ich meine, Michael hat ja sehr viel zu tun auch mit den UFOs Wie ich schon erklärt habe Blast, did you see that? Ja, you're a real stout Blast, 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 blast Blast, 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 blast Ah, fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Fuck 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 Aber nun die große Frage Wie ist das Monster Dead Mystery aufgelöst Und was bedeutet eigentlich das erste Kästchen über dem UFO von Michael? Ganz einfach Es ist die Zerstörung von Martin Madrasos Haus Wo außerdem Michael das Haus zerstört in GTA 5 In the back of the truck Paddy Cable with one of those supports up there You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever I told you I comped the session, bud There were a lot of freaking sessions, bud I'm thinking you were working on more than just her backhand Mandy's backhand has come a long way, bro But sometimes it's gotta get worse to get better Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand On your face Oh, bud Your negative energy is seriously bringing me down Oh, I hope it is, bud We hooked up, man You come into my house Take my money And nail my wife Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud My bad Seriously How fucking magnanimous May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude Die Box 2 Die Box 2, die seht ihr gerade im Hintergrund Ihr müsst 100%ig Story haben Und wie könnt ihr 100%ig Story bekommen? Ganz einfach, indem ihr keinen von den beiden drei Protagonisten tötet Das heißt, ihr müsst die Option C wählen Wenn ihr A tötet, also Michael, könnt ihr nicht das UFO sehen Wenn ihr B tötet, also Trevor, könnt ihr auch nicht das UFO sehen Das heißt, dieses Mount Shielded Mystery zeigt euch eigentlich nur den Weg, wie ihr das UFO in GTA 5 sehen könnt Und gebt euch einfach nur Hinweise, was ihr machen könnt und was auf jeden Fall sinnvoll wäre Viele dachten ja am Anfang, dass das Mount Shielded Mystery ein UFO-Tunnel-System ist Oder dass das Ganze euch den Weg zeigt für das Jetpack Aber Leute, ich gehe auch davon aus, wie auch Vice Studio und zur Geldhaut Dass das Ganze einfach nur die Story widerspiegelt, die einzelnen Missionen und euch den Weg zum UFO zeigen Warum wir aber trotzdem noch nicht die Hoffnung aufgeben können auf das Jetpack, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt Und falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr auf jeden Fall in die Videoschreibung vorbeischauen Und da gibt es einen Link zu Extreme Modding, die sind 100%ig safe, da werdet ihr nicht gezogen oder sonstiges Das war es mit von diesem Video, falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Werte Und checkt auf jeden Fall noch Vice Studio ab Wie gesagt, einfach auf das E klicken oder auch in die Videobeschreibung reingehen Einfach auf den Link drauf gehen Und ich würde sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Video Und jetzt ist Mount Shielded Mystery endlich mal gelöst Yo, das war es mit von diesem Video, Entschuldigung, dass das Video heute ein bisschen später kommt Und sorry auch für das letzte Video, das auch ein bisschen später kam Aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft, da es ein bisschen aufwendiger war Nur mal ein riesen Dank schon am Vice Studio auch, dass sie mir auch Gameplay zur Verfügung gestellt hat Hat mir auf jeden Fall sehr viel Zeit gespart Sonst wäre das Video auf jeden Fall heute nicht gekommen Und wie gesagt, ich bin raus raus rein Ihr könnt immer andere Videos von mir anschauen und auch abonnieren, wie ihr wollt Ich bin raus, tschau zalein Tschau mit vor, falls ihr noch andere Challenges oder Tests sehen wollt Sowas ähnliches, was ich am Anfang gemacht habe Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Tschüss